Herzlich Willkommen zur 35. Control. Hallo, mein Name ist Fabian Krüger. Ich bin der Projektleiter der Control, der Weltleitmesse für Qualitätssicherung. Ich freue mich, Sie auf der diesjährigen Control willkommen zu heißen. Herzlich Willkommen zur Control 2023 hier in Stuttgart, der Weltleitmesse für Qualitätssicherung. Wir zeigen entlang eines Path of Innovations elf Innovationen um Raster-Electronen-Mikroskopie, die neue Prismo-Coinhard-Messsysteme, die neue Scanbox, die wir dort ausstellen und natürlich abgerundet durch Software. Der große Schirm über all die Produkte. Wir haben Applikationsingenieure da, die mit dem Fachpublikum über die Messaufgaben der Zukunft reden können, Bauteile ausprobieren können, messtechnische Auswertungen anschauen können. Kommen Sie zur Control hier in Stuttgart. Qualitätssicherung ist ein permanenter Optimierungsprozess, der jedes produzierende Unternehmen weltweit betrifft. Es geht um Wirtschaftlichkeit, Qualität, Sicherheit, Ressourcenschonung, Effizienz und Zukunftsfähigkeit auf vielen Ebenen. Guten Tag, hallo everyone. Mein Name ist Laurent Monge und ich bin der Präsident der Meteorologie-Gruppe. Und jeder Jahr, wir sind so froh, dass wir auf die Kontrollen beobachten können. Und für die Meteorologie-Gruppe, dieses Jahr ist sogar besser als das vorhin, denn wir beobachten die Show mit vielen anderen Unternehmen, von der Sandvik-Gruppe, die wir zu. So dass wir alle zusammenarbeiten, die Qualitäts-Gruppe zu bringen, die Qualitäts-Gruppe zu dem nächsten Level. Welcome at Control, one of the Meteorologie-Market's highlights of the year for sure. Welcome also at the Nikon stand, bigger, much more visually-oriented, with three mega screens and on top with every hour on-stage presentations about how we can help you to manage your quality assurances, processes better. Here we will be showing you that Nikon Metrology developed more sophisticated measurement solutions for the production shop floor. In these solutions, Nikon products are of course key. Yet our knowledge, how to make these products part of a bigger metrology solution, is I think even more interesting for you. The simple wrap-up is, we love to help you rethink the industrial metrology on your shop floor. That is what we love to show you and tell you about here at this Control exhibition. I'm Dr. K. 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 K